Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gehen wir in den Bereich der Schlachtrunde. Was ist eine Schlachtrunde? Eine Schlachtrunde ist von jeweiligen Spielern, von der Befehlsphase bis zur Moralphase. Das sind verschiedene Phasen, die ihr durcharbeiten müsst, um am Ende euren Zug bzw. eure Runde erfolgreich abzuschließen. Was beinhaltet alles eine Schlachtrunde? Wir haben die Befehlsphase, das ist am Anfang, wo ihr zum Beispiel auch einen Befehlspunkt, wie man der Name schon sagt, auch wiederbekommt. Ihr werdet eine Bewegungsphase haben, wo ihr eure Modelle alle bewegen dürft. Ihr werdet eine Beziehphase haben. Eine Beziehphase ist eine sogenannte Zauberphase. Wenn ihr Zauberer habt, die dürfen dann in dieser Phase ihre Zaubersprüche ausrufen. Und dann kommen wir zur vierten Geschichte. Die vierte Geschichte ist die Fernkampfphase, wo ihr mit allem, was schießen kann, auch schießen könnt. Dann kommen wir zur Angriffsphase. Angriffsphase ist quasi eure Phase, wo ihr Angriffe ansagen könnt. Also wenn Modelle in Angriffsreichweite sind, zum Angreifen halt, also unter 12 Zoll, könnt ihr Angriffe ansagen. Die kommen halt in der Angriffsphase. Mein Gott, war das oft Angriff. So, dann kommt in der sechsten Phase die Nahkampfphase. Sprich, wenn ihr Leute erfolgreich angegriffen habt, also angecharged habt oder bestehende Nahkämpfe ist, werden die in der Nahkampfphase abgehandelt. Und zu guter Letzt werden eure, ja, kommt ihr zur Moralphase. Moralphasen sind dann die Phasen, wo dann geguckt wird, wie viele Modelle sind von den jeweiligen Einheiten kaputt gegangen. Muss man einen Moraltest ablegen, also einen Zermüdungstest, ja oder nein. Das wird in der letzten Phase getan. Und wenn ihr diese Moralphase quasi abgehandelt habt, ist euer Gegner dran. Und sowas macht ihr halt die ganze Zeit, bis entweder, ja, das Spiel so weit vorbei ist, weil keiner mehr hat, also in gut Deutsch gesagt, getabelt wurde. Oder wenn die fünfte Runde von beiden Spielern beendet ist, dann ist auch das Spiel so weit zu Ende. In diesem Sinne, viel Spaß!